Ein Fall von auf den ersten Blick gar nicht schlecht, aber auf den zweiten Blick... Eieiei! Was ich erhalten kann, werde ich erhalten, der Rest wird überstrichen. Nach dem Abkleben kann ich jetzt streichen mit Kreidefarbe. Die Rückwand kommt raus, denn die wird jetzt tapeziert. Ich habe mich für ein japanisches Motiv entschieden, denn ich finde, das passt sehr gut zur schlichten Eleganz der Vitrine. Ich habe mich für ein japanisches Motivation.